Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Tiny Troopers, Mission Nummer 26, die Säuberung. Die feindliche Infanterie hat ein Gebiet besetzt, das für uns operative Bedeutung hat. Oh, das ist eh zu viel. Deine Truppe wird unter dem Schutz der Dunkelheit einrücken, um sie zu vernichten. Töte, vernichte die Infanterie. Gut, zwei Medaillen gibt's. So, Missionsgegenstände, wie immer, die Reichweite, dann die Schillrüstung. Hm, ja, hier macht 20.000 aus. Luftunterschützung. Und dann können wir uns auch gleich das hier noch holen, nach der Mission. Mal gucken, wie's läuft. So, das sind wir schon mal Hundemarken, die haben wir gleich mal mit. Aber vorher, wir sind hier. Fahrzeuge werden hier keiner angezeigt, Gebäude werden hier keiner angezeigt, Irrkulierungspunkt auch noch nicht. Feinde werden uns noch nicht angezeigt und Sammelobjekte noch nicht. Okay. Dann laufen wir mal vor. So, weg mit euch. Komm. So, ich werde mal gucken, ob's da links weitergeht. Geht's aber nicht. So, dann wollen wir mal gucken, was uns hier so schönes erwartet. Noch nichts Besonderes. Ah, 50 Punkte verloren. Aber das siehst du nicht vermeiden. Nee, da sind wir so auch noch nichts. Kommen wir so weit? So weit? Aber erstmal den ja killen. Okay, das lassen wir erstmal. Aber erstmal gucken, ob hier irgendwo noch ein Fahrzeug kommt oder ein Schnickschnack. Sieht aber nicht so aus. Aber hier sind Soldaten. So. Habt euch beide noch weg. Einmal Granaten und einmal Raketenwürfer. Bisschen noch irgendwas. Moment. Okay. Dann wollen wir die Hundemarken mitnehmen. Ansonsten kommen jetzt hier gleich Gegner. Haben wir ja schon gesehen. Mal da und mal da. Gut. Weg sind sie. Nee, das Z kann man nicht kaputt machen. Hier ist ein Panzer. Gut gehabt. ich habe auch so was schießen ich hasse diese fücher so mtv entschärft sauer das war ordentlich points so dann gehen wir noch mal zurück um zu schauen was da noch hinter dem tor war so kommt der letzte herrscher so war es ja gleich hervor irgendwo jetzt hier vielleicht so ist hier irgendwas ja eine medaillen ist das schön so dann gehen wir jetzt zurück für euch zu sehen das haben wir alles erledigt hier das ist klar leider kann man nicht schneller laufen das heißt die warte so vor sich gemütlich hin ich würde auch mal wandern so um der gegner und einen bunker laufen wir jetzt kurz so da sind wir mit granaten bei und laufen noch mal so so jetzt los war es auch schon verschwendung aber wirklich anders der hat das überlebt was ist das für ein supergott so wir gehen ja hier unten erst hin und jetzt über hunde marken und der ist weg ah yeah das schöne an diesem gebäude ist ja es kommt immer wieder neue Leute draus das heißt man kann sich punkte äh das spiel das ist schon mal gut da werden wir jetzt erstmal röd nicht drauf schießen guck was passiert und da ist auch die medaille das heißt wir müssen medaillen so gar nicht mehr sammeln wir haben jetzt schon neun und mehr gibt es nicht zu sammeln äh das teuer ist was ich hoffe man ist neun aktuell so jetzt steht die frage innen oder außen rum da ist ein panzer oder ein fahrzeug irgendwas ist da gehen wir zuerst mal unten herum so und ist das ein fahrzeug ja es war ein fahrzeug aber wie ich sehe ist das schon kaputt gewesen ups und wirst du das der das der 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 auch also platz so sie schießt so das ist weg die 100.000 haben wir schon mal geknackt, die ist auf jeden Fall voll Pro-Gamer. Das können wir in den Drausschießen. Dann bekommen wir gleich nochmal Granaten. Aber erstmal Geheimdienstformationen, dann die Granaten. Und hier sind nochmal, äh, wie heißt dieser Hundemarken. Guck mal hier rechts, ist nochmal sorry. Moment. Ne. Okay. Dann werden wir jetzt nochmal, ähm, den anderen Weg gehen. Gucken, ob hier irgendwo ein Scharfschutz im Einkauf steht. Ne, sieht nicht so aus. Ähm, gut. Wäre doch eine Granate, weil jetzt noch Panzer kommt. AK. Ne, geht's noch nicht. Ne, ein Soldat verloren. Die Marken nehmen auch mit. Was ist das mal mit der Granaten? So, ich will die Punkte haben. Aber, wir schaffen das. Doch, ja. Doch, doch, doch. Das schaffen wir doch. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber das geht. Und das fehlt. Der muss halt ein bisschen in den Bogen nehmen. Na, beim Lauf. Und, kommt, kommt, kommt. ab und zu ja komm scheiß drauf guck mal ob hier was ist, granaten oder so, nö, aber ich will hier doch schon Platz haben, aber egal auch im Krieg soll man mal gnädig sein haben leider, oh Gott, es ist ein verloren naja, 50.000 Punkte bekommen, Adrian ist gelevelt so, und äh, ja, das möchte ich mit euch auf jeden Fall auch in diesem Park machen wir können nämlich jetzt die Delta Force Ausbildung kaufen Rekrutensstufe, Leutnant, Schaden plus 20, Schussweite plus 20, Feuerrat plus 20, Trefferpunkte plus 20% so, das hat John gleich gelevelt das heißt, wir haben auf jeden Fall den, äh gut, Knut dann war's das für diesen Part, denke ich mir mal und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir wieder Tiny Trooper miteinander spielen macht's gut Leute, ciao, ciao